Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmietze YouTube-Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr diesen süßen Greifling für euer Baby näht. Das Schnittmuster könnt ihr als Freebox kostenlos im Netz runterladen oder einfach selber erstellen. Der Schnitt ist auch super geeignet, um Stoffreste zu verwerten. Was ihr hierfür benötigt, ist eine Schneidematte, ein Rollschneider oder eben eine Stoffschere, das Schnittmuster, womit ihr euren Schnitt auf den Stoff übertragt, ein Baumwollstoff eurer Wahl, ein Holzring, ein Stift zum Aufmalen, und Clips zum Befestigen der Stoffteile. Ja, das Schnittmuster wird nun auf den Baumwollstoff im Fadenlauf gelegt und zweimal abgepaust, so dass man zwei gleiche Schnittteile erhält. Ja, nachdem man aufgezeichnet hat, schneidet man die Schnittteile aus und hat nun zwei gleiche Teile, die dann zusammengenäht werden können. Die Schnittteile werden nun rechts auf rechts zusammengelegt und damit sie beim Nähen nicht verrutschen, werden sie mit den Clips befestigt. Nun können beide Stoffteile zusammengenäht werden. Ich nähe hier mit einer Nahtzugabe von ca. 1 cm und das Ganze mit einem Gratstich mit einer Stichlänge von 1 cm. Hierbei lasse ich eine Wendeöffnung an der Seite von ca. 1-2 cm. 8-2 cm. . . . Ja, zusammengenäht sieht dann das ganze so aus. Wie anfangs erwähnt habe ich an der Seite eine Wendeöffnung von circa ein bis zwei Zentimeter gelassen, damit das Stück im Nachhinein gewendet werden kann. Damit sich der Stoff nun gut um die Naht legt, werden die Spitzen jeweils abgeschnitten und an den Außenrundungen werden Dreiecke eingeschnitten. Hierbei bitte vorsichtig, damit die Naht nicht verletzt wird. Ja, fertig sieht dann das ganze so aus. Wie gesagt, aufpassen, dass ihr beim einschneiden die Naht nicht vernetzt. Jetzt wird das Nähstück durch die Wendeöffnung gedreht. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber man bekommt das ganz gut hin. Umgedreht sieht dann das ganze so aus. Jetzt haben wir hier an der Seite noch die offene Wendeöffnung, die wir dann mit einem Matratzenstich verschließen werden. Nachdem die Wendeöffnung verschlossen ist, bügelt man das Nähstück und ja, nun ist es auch fast fertig. Man nimmt nun beide Seiten und steckt sie durch die Öffnung des Rings und verknotet das ganze einmal. Ja, und fertig ist der süße Greifling. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal. Bis bald!